so bist du noch da oder kannst du ja ich bin die größe meiner armee beträgt 66 ich habe 82 vorwärts vorwärts und das sind lediglich sechs eismagieren ja wenn da auch die windschützen dazukommen mit ihrem zauber effekt ja die machen das schon ganz gut denke ich mal ich lasse meinen helden mal fix zu dem gebäude renn und das natürlich auch kaputt machen mit titan ist gerade bissel am sterben nein auch geschafft sein und die droiden können auch vergiftung heilen okay das ist die ganze zeit der zauber den sie auf meinen titan zaubern die aura machen die aura wirkt ja bei dem titan nicht hier drüben ist nicht noch was oder keine ahnung und wieder zwei wege aber diesmal sind wir zwei armeen ja 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 Also ich glaube zumindest, dass hier den Weg, den ich jetzt gehe, dass dort weniger ist. Ja. Keine Ahnung, vielleicht eins? Äh, im Nordwesten, solltest du mal gucken. Oder? Nee, das war schon richtig, wo ich da hin wollte. Wow, die, ha! Die nehmen wir jetzt einfach einen anderen. Sind die hier? Nein. Doch, die sind an uns vorbeigerannt, der Weg da. Und los! Und los! Mir nach! Die sind nicht dumm. Ist halt der direkte Weg. Schnell! Die sind auch ziemlich schnell unterwegs. Schnell! Oh ja. Ja. Hast du zufällig Steinwitter in deinem Steinwitterhaus? Äh, nein. Die verfolgen auch grad die Grieche. Ähm. Ja. Sofort! Schnell! Und los! Mir nach! Und los! Vorwärts! Oh, da. Sofort! Auf mein Zeichen! Ah, da. Sofort! Oh, da ist das Portal Zurückkehr Ja, die sind sehr flott unterwegs Ich glaube, wir sollten eine Zweitverteidigung aufbauen So gut es geht Fragt sich nur, wie schnell die ganze Sache vonstatten geht Ja, das ist die Frage Ja, und los Ein paar kann ich gerade ein bisschen aushalten Schnell Sofort Sofort Ah, ich weiß Wo, 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 wo Da Sofort 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 So, was haben wir... Was haben wir denn hier in der Kiste drin? Hey, noch mehr Ruhen! Für Stufe 38, Stufe 24er. Es wird allmählich mehr. Hä? Wie laufen die an uns vorbei? Auf mein Zeichen. Und los. Mir nach. Und los. Folgt mir. Das ist nicht gut. Das Bauwerk ist vollendet. Das Bauwerk ist vollendet. Die Dunkeln sind hier. Wie ihr wünscht. Schützt mich. Das Bauwerk ist vollendet. Oh, lenkt die... Genau, lenkt die mal noch ab. Ich versuch's. Auf mein Zeichen. Sofort. Das müsste das letzte Lager sein, wo du jetzt bist, oder? Wo du jetzt hingehst? Ja. Schützt mich. Das Bauwerk ist vollendet. Ist mir eine Ehre. Meine heilige Pflicht. Das muss man den Lager sein. Die dunklen sind hier. Das Bauwerk ist vollendet. Ruf die wachen Schwestern. Meine heilige Pflicht. Elend empfange meine Seele. Was ihr wollt, dorthin. Wie ihr würdet, das Bauwerk ist vollendet. Ich gehe. Boah. So. Das war jetzt das letzte Lager, hm? Ja. Und schick mal deinen Helden zum Portal und deine Armee. Keine Ahnung. Meine Armee wird da jetzt gleich noch auf die letzten Manticora stoßen? Ja. Irgendwo? Hä? Die müssen irgendwo in dem dunklen Bereich sein. Ja. Ja, da sind sie. Jo. Wir sind in Gefahr. Ich gehe. Es sind zu viele. Feinde, zu den Bögen. Ich gehe. Wir sind in Gefahr. Kommt da deine ganze Armee mit? Ja. Deine ganze Armee kommt zum Portal. Und ich bin mal wieder ganz hinten. Ja. Hm. Ich meine halt seltsamerweise auch meistens, wenn er mit seiner Armee zieht. Ist nicht immer gut. Hm. Ja. Aber ich würde sagen, das haben wir doch ganz gut gelöst, ne? Ja. Ja. Sie haben gewonnen. Hey. Finde ich toll. Ich, ich finde es immer toll, wenn ich gewonnen habe. Ähm. Das ist ein Hinterhalt. Ich habe ja Gott sei Dank ein bisschen mehr Ausdauer. Jetzt. Ich habe meine Ausdauer und meine Stärke ein bisschen erhöht. Bist du dir sicher? Ich treffe mich auch seltsamerweise gar nicht so. Also, mich hat bisher ein Zauber getroffen. Ich glaube, ich lasse es besser. Aber ist doch ganz nett, ne? So. Ähm. Warte ich. Du mal speichern. Menü. Spiel speichern. Miratoren. So. Und jetzt geh bitte durchs Portal, mein lieber OneDigger. Mache ich. Machst du. Er will irgendwie nicht. Wie er will nicht? Er will nicht. Was ist doch schwierig, durchs Portal zu gehen. Du klickst aufs Durch... Ich kriege keine Meldung. Hä? Was ist das Wort der Hell? Ich kriege keine Meldung, ob ich durchgehen will. Egal, dann gehe ich halt über Escape raus. Das ist ja ungefähr das Gleiche. Jo. Jo war doch ganz cool. Laut Spielern eine Minute 30 wird ein bisschen länger sein, oder? Eine Stunde 30, meine ich. Nee, müsste so stimmen. Aber... Ich sehe hier auch gerade nichts. Na, stimmt. Wir scatten ja auch erst seit etwa einer Stunde... Na, auch noch Stunde 34, also... Hm. Bei mir hängt das gerade. Oh. Effizienz... Hm. Stell deinen Besiteinheiten... 8, 8, 60... Ich glaube, bei mir ist es abgeschmiert. Ah, das ist nicht so toll. Ich habe gespeichert. Ja. Ja, ich auch. So, damit... Wie sieht dann die Bewertung aus? Naja, du hast irgendwie 100 Wertungspunkte mehr als ich und 100% bessere Effizienz. Also, ich habe eine Effizienz von 240... Nee, von 140 ungefähr und du von 240. Besiegte Einheiten und so. Ha, geil. Jetzt... Jetzt ploppt bei mir die Nachricht auf. Möchten Sie dieses Portal betreten? Nein. What the... Okay. Gut. Ähm... Jo, damit beende ich diese Aufnahme. Und... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich dann beim nächsten Mal.